Moin und damit herzlich willkommen zurück hier zu Shaniard Echoes mit mir, dem Scherbenklang. Da sind wir wieder hier gerade in dieser bedrückenden, regnerischen Stadt namens Tormund. Und wir haben erfahren, dass es Krieg geben soll. Prinz Frederik wünscht sich den Krieg auf dem Kontinent Valandes. Wünscht sich den Krieg hier mit Hilfe der Waffe des Grand Grimor, womit er hier ganze Städte ausradieren kann. Es sieht nicht so gut aus und auch Prinzessin Lene ist vielleicht auch ein bisschen hilflos. Und wir sind hier gerade ganz allein mit Glenn unterwegs, haben uns hier noch in der Stadt umgeguckt, haben noch eine sehr, sehr traurige Geschichte tatsächlich von unserem besten Kumpel von damals schon, Kilian, erfahren, was mit seiner Schwester geschehen ist. Und wir wollen jetzt hier erstmal Richtung Schloss gehen und mal schauen, ob und wie wir da weiterkommen, ob die Wachen uns überhaupt reinlassen, was jetzt hier als nächstes passiert. Okay, hier sind Treppen nach oben und unten. Sehr viele Teiche und so, viele Staubbecken. Obwohl gut, gar gar nicht so eine schlechte Idee hier. Aber wir dürfen passieren. Wir sind dankbar, dass du ihre Hoheit zurückgebracht hast. Denn Svederik war nicht mehr er selbst, nachdem sie verschwand. Und hier ist das Schloss. Das ist links und rechts gleich gebaut. Fast gleich gebaut, sehe ich. Ich würde mich mal links halten. Das ist groß hier. Jetzt, da die Prinzessin wieder da ist, werde ich mein Bestes geben, um den Ort zu beschützen. Der Bedienstete hier in einem Maid-Outfit steht dort. Was wir hier so finden können. Du bist der Typ, der ihre Hoheit zurückgebracht hat, richtig? Dir wurde gesagt, dass du sie besuchen darfst. Doch hier ist der Zutritt verboten. Verstanden? Okay, also wir dürfen links und rechts jetzt wahrscheinlich nicht lang. Hier dürfen wir wahrscheinlich auch nicht lang, ne? Das ist die falsche Richtung. Okay, da dürfen wir also leider nicht lang. Oh, eine riesige Bibliothek. Der größte Stolz von Valandes war einst die Akademie der Magie von Nisia. Und noch heute wird mit Inbrunst davon gesprochen. Davor war Valandes ein abgelegener Ort mit nur wenigen Bergbau-Dörfern. Warum die Gründer von Nisia diesen beliebigen Ort für die größte Akademie aller Zeiten gewählt haben, ist immer noch ein Rätsel. Vielleicht sollten die Studenten nicht von anderen Dingen abgelenkt werden. Wer weiß. Okay. Oh, ist wirklich eine sehr, sehr große Bibliothek hier. Die Soldaten seiner Hoheit nennen das Grand Grimor die Waffe der Götter. Welche Götter sie wohl meinen? Die Alten, den Eingott der Kirche? Oder die großen Götter? Vielleicht meinen sie die sieben wahren Könige? Zumindest ist die Existenz der sieben wahren Könige wissenschaftlich bewiesen. Ars Nadil, der Drache, ruht auf genau diesem Kontinent. Mhm. Wissenschaftlich und technologisch hinkt Valandes den Nachbarländern um ein Jahrhundert hinterher. Alle Ressourcen wurden für den Krieg ausgegeben. Zumindest die Kriegsmaschinerie, Kriegsmaschinerie sollte auf dem neuesten Stand sein. Erflexed. Nach 150 Jahren Krieg war der Münzmeister froh genug Geld beisammen zu haben, um die Soldaten zu bezahlen und die alten Maschinen am Laufen zu halten. Kürzlich haben wir jedoch modernere Maschinen erhalten. Ich frage mich, was für einen Pakt Prinz Frederik geschlossen hat und mit wem. Ja, das freue ich mich auch gerade so ein bisschen. Also irgendwas ist mit ihm. Der ist irgendwie ganz komisch drauf. Der wirkt auch irgendwie so abwesend. Der guckt auch niemanden so richtig an und so. Das ist ein ganz komischer Typ hier. Aber gut, wir gehen erstmal hier hoch. Hier haben wir keine Karte, aber es ist ja auch ebenso riesig. Da steht ein Wachner, darf ich bestimmt nicht durch. Die Prinzessin ist ein Schatz. Sie hat für jeden ein offenes Ohr. No. So, mal gucken. Was gibt es denn hier so? Oh, da ist was kaputt gegangen. Schau, du hast all das gute Geschirr fallen lassen. Ich glaube nicht, dass ich dich mit Samthandschuhen anfasse, nur weil du gerade zurückgekehrt bist. Du willst all die Arbeit, die du hier verpasst hast, ausgleichen, verstanden? Der Rob wird mal getadelt hier. Aber nicht von einem Diener, sondern von einer Dienerin tatsächlich. Aber Rob, der Schnöse, der ist ja eh so drauf. Bin ich eigentlich, geschieht ihm so ein bisschen recht, dass er so ein bisschen mal einen auf den Kopf kriegt. Antworte mir, was für ein Verhalten ist das? Ich hoffe, du erinnerst dich an deinen Stand. Hier am Hof hast du. Hier am Hof hast du auf Befehl seiner Majestät des Königs nicht mehr recht als ein einfacher Diener. Ja, verzeiht. Moin, Rob, was geht? Was starrst du so? Verschwinde. Achte auf deine Zunge, er ist ein Gast der Prinzessin. Entschuldige dich. Entschuldigung. Okay. Rob kann mir ja fast leid tun, aber auch nur fast. Oh, schöner Tisch. Aber mir ist ja auch nicht. Da hast du eine Tür. Wo geht's denn hier hin? Ich gehe einfach mal rein. Eine Partisan, eine Waffe für die Werte Leni. Alter. Was ist das für ein Bett, Alter? Ja, passt du doppelt in diese Richtung rein und vierfach in diese hier. Da können ja sechs Leute drin pennen. Oh nein, jetzt bin ich irgendwo hingegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt... Ah, ich hätte mich doch eigentlich gerne noch umgucken wollen. Na gut. Und wir sehen da ganz viele Bilder. Also Leni hat scheinbar gemalt oder jemand anderes. Bin mir nicht ganz sicher. Wer ist... Ah. Was tust du hier? Ist das wegen der Belohnung? Mein Bruder wird sich schon morgen darum kümmern. Nein, ich bin hier, um dich zu besuchen und um zu sehen, wie es dir geht. Es funkt auch so ein bisschen zwischen den beiden, habe ich so das Gefühl. Das bahnt sich so ein bisschen was an. Was funktioniert, weiß ich nicht. Das bahnt sich so ein bisschen an, finde ich. Bist du... Das ist sehr nett von dir. Danke. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du dich so für Kunst interessierst. Bin auch noch so talentiert. Es ist nur ein sinnloser Zeitvertreib. Zeigen alle das gleiche Motiv. Ein großer Baum auf einer fliegenden Insel. Was ist das für ein Ort? Stimmt, ich habe das gerade schon so gesehen. Das sind alles irgendwie so schwebende Inseln. Den Baum darauf habe ich noch nicht erkannt. Jetzt, wo Glenn es sagt, frage ich mich auch, was ist das für ein Ort? Ein Ort, zu dem ich gehen muss. Zu dem du gehen musst? Es mag albern klingen, aber er verfolgt mich in meinen Träumen. Er erscheint vor meinem geistigen Auge und will, dass ich ihn besuche, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich sehe ihn in Erinnerungen, die nicht meine sind. Ich versuche ihn auf Papier einzufangen, um eine Antwort zu finden, aber es scheint nicht zu funktionieren. Dein Echo also. Mein Echo? Erinnerst du dich, wie dein Bild uns erklärt hat, dass die Seele nach dem Tod den Körper verlässt und eins mit dem Mahlstrom wird? Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass Seelen sich manchmal nicht ganz auflösen. Diese Überbleibsel fließen in ein neues Leben und es ist möglich, dass Erinnerungen von vorherigen Leben zum Vorschein kommen. Du willst mir also sagen, dass dieser Ort auf meinem Gemälde ein Echo von einem vorherigen Leben ist? Vielleicht. Dieser Ort könnte dein Zuhause gewesen sein. Frage mich, ob mein Leben damals besser war. Ich sollte mich nicht beklagen. Menschen leiden überall und ich bin hier, wohlbehütet vor allem. Und doch, doch bin ich nicht glücklich, das beschämt mich. Ich glaube, jeder hat so seine Probleme. Man kann das nicht vergleichen. Ich wünschte, ich wäre nicht als Prinzessin geboren. Da hat mir Glenn, warum füllen sich diese Zimmer so viel enger an als woanders? Ein Riesenzimmer, ne? Oh nein, Prinz Frederik. Ihre Augen sind so kalt, wenn sie mit mir spricht. Doch mit ihm. Der Junge scheint der Prinzessin nahe zu stehen. Ihr seht nicht glücklich darüber aus. Der Gwain. Er ist einer ihrer Begleiter. Ein interessanter Junge, muss ich sagen. Er ist der Einzige, der kein Gold als Belohnung wollte. So eine Rüstung vielleicht? Eine Himmelsrüstung? Könnte ich mir vorstellen. Er würde freiwillig auf Gold als Belohnung verzichten. Ist er ein Spion? Ein eher einfältiger, wenn er uns direkt nach dem Grimor fragt. Wir sollten uns um ihn kümmern, aber nicht in der Gegenwart der Prinzessin. Während ihr dabei seid, kümmert euch um die ganze Truppe. Hier befehlt General Godfrey, ist übrigens zurückgekehrt. Sehr gut. Beginnt sofort mit der Prozedur. Werde ich, nachdem der General wieder nüchtern ist. Wartet nicht zu lange. Wir dürfen Ascania nicht zu viel Zeit geben. Ach Gottrey, den Typen, den wir besoffen in der Taverne getroffen haben und zusammengeschlagen haben. Der ist ja sogar so weit getrieben, dass Glenn richtig ausgerastet ist. Und er hat dann richtig eine gepfeffert. Das war ja irgendwie lustig. Der hat es auf jeden Fall verdient, der Typ. Ich kann auch ohne Kurven klarkommen. Die sind unnötig. Ach komm, es sind die tödlichsten Waffen aller Zeiten. Was für was mit Kurven? Wovon reden die? Kommt darauf an, wo du sie nutzt? Wo? Was hast du denn damit zu tun? Nun, dein Katana hat eine leichte Kurve in der Klinge und kann tiefe Wunden verursachen. Aber für Stoßangriffe ist es nicht zu gebrauchen. Okay, sie reden also von dem Katana. Ich dachte gerade schon, sie reden hier was Versautes. Würde mich bei den beiden aber auch nicht wundern. Aber wenn jeder Soldat in Valandes in voller Rüstung herumläuft, dann ist ein Stoßangriff effektiver als ein Schnitt. Deswegen das Großschwert dem Katana überlegen ist. Von mir aus vielleicht in Valandes. Wir leben hier noch in der Vergangenheit. Plattenrüstungen sind auf dem absteigenden Ast. Einziger Grund eine solche Rüstung zu tragen, wäre eine Himmelsrüstung. Und glaub mir, denen willst du nicht mit einem Großschwert entgegentreten. Und Glenn kommt da hin. Ich hab ihn gesehen, Sir Victor kommt. Du verhältst dich für ein Kind, das auf seine Geschenke wartet, Glenn. Nun, ich hoffe, er bringt die Belohnungen. Ich bekomme hier schon graue Haare. Prinz Vedric sagte, wir erhalten sie morgen. Der Victor. Und da kommt er hinein. Sch, 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 sch. Da seid ihr ja. Was ist das denn für ein Butzel? Ne, okay. Was, Cameron heißt der? Okay. Das soll das beste Gashaus der Stadt sein. Ihr wurdet verarscht. Das Bier hier schmeckt nach Pisse. Wirt, mehr Bier. Und ergibt sich Bier. Boah, widerlich, dieses fade-westrige Aroma. Noch eins. Nein, wartet. Bring mir gleich drei, das geht runter wie Wasser. Wer ist der Kerl? Ein guter Freund und der wahre Grund, warum ich in Valandes bin. Das ist Cameron, ein Wissenschaftler am Hof von Tarin. Oh, der ergibt sich Bier. Trinkt einen Krug nach dem nächsten Haus. Oh, oh. Das hier ist Bartras, auch ein Freund von mir. Der mir bei den gefährlichsten Sachen aushilft. Was? Den kennen wir doch. Die Echse, die grüne Echse mit den Roboterarmen. Du? Was machst du denn hier? Oh, ihr kennt einander? Es scheint, als hättest du es nach Tormund geschafft. Wir sind überrascht. Wir? Wenn dein Ziel so oder so Tormund war, wieso hast du mich dann nicht bis zum Schluss begleitet? Du erinnerst dich, dass wir für Geld arbeiten? Wenn du uns nicht bezahlen kannst, warum sollten wir als deine Leibwache auftreten? Das ist alles, woran du denkst? Ich hoffe, ihr habt tiefe Taschen, sehr Victor. Als ob Sienna da anders wäre. Denkt sich so ein bisschen Kilian. Jedenfalls wird er mich durch Valandes begleiten. Wenn wir uns auf das eigentliche Thema konzentrieren. Alter, wie viel ist eigentlich in diesem Krug drin? Da rüft ja immer noch der komische Coward-Star. Ja, natürlich. Verzeiht, dass ich euch bisher noch nicht gesagt habe, aber der wahre Grund, weshalb ich in Valandes bin, ist das Grand Grand Moor. Und ich sage euch das, weil wir eure Hilfe brauchen. Victor, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, das sind wohl erfahrene Kämpfer, aber wir können auch zur Abenteurer-Gilde gehen. Ich vertraue ihnen. Es ist nicht, dass wir ihnen alles erklären müssen. Wir brauchen ihre Muskeln, nicht ihren Verstand. Cameron, was soll das denn alles? Ich habe dir doch schon vorher erklärt und du hast zugestimmt. Nun, spannend uns mal nicht auf die Folter. Also gut, also gut. Ich nehme mir die Zeit, eure Fragen zu beantworten. Zumindest, solange die Krüge noch voll sind. Da ist irgendeine Person am Fenster. Jemand beobachtet uns. Cameron ist der wahre... Cameron ist für das Grand Grand Moor verantwortlich und hat es über Jahre studiert. Dieses Ding hütet unzählige Geheimnisse und beinhaltet unfassbare zerstörerische Kraft. Ihr habt gesehen, wozu es in der Lage ist, weswegen Cameron und ich es zerstören wollen. Ihr wollt das Grimor vernichten? Das Grand Grimor ist eine Waffe der Götter. Kein Mensch sollte es jemals führen. Wir müssen es vernichten, bevor es noch mehr Leben auslöscht. Ich werde euch helfen. Glenn, wartet doch erst mal auf die Erklärung. Und sprecht leise. Wenn jemand etwas darüber mitbekommt, dann hängen wir am Galgen. Also, was wollt ihr wissen? Mal fragen, was genau ist denn das? Eine mächtigere Version eines normalen Grimors. Diese Edelsteine können Energie speichern und abgeben. Man kann sie in alten geologischen Schichten finden, normalerweise an Orten mit hohen Äther aufkommen. Das größte Grimor, das in der Natur gefunden wurde, hat die Größe eines Daumens. Aber das Grand Grimor hat die Größe einer Faust. Wir glauben nicht, dass es natürlich entstanden ist. Jemand hat es erschaffen? Das wissen wir nicht, aber ein ähnlicher Stein wird in der Geschichte aus der fünften Epoche erwähnt. Die Götter nutzten ihn als Waffe und haben ganze Regionen zerstört, um die Apokalypse einzuleiten. Das sind auch hier merkwürdige Götter, die wohl irgendwelche Dinge zerstört haben. Okay. Glücklicherweise traten sie vom Plan zurück, weswegen wir Menschen auch in der siebten Epoche noch leben. Genau, genau. Aber wir sind hier nicht für Geschichtsstunden. Habt ihr noch weitere Fragen? Also, was wollt ihr wissen? Ah, da würde ich mal fragen, wo kommt der Stein her? In alten Texten aus der fünften Epoche. Epoche wird erwähnt, es sei eine Waffe der Götter, aber danach finden sich keine Aufzeichnungen darüber. Bis vor fünf Jahren lag der Stein in der Schatzkammer von Tarin. Dort wurde er als normaler Schmuck aufbewahrt, bis Gwaine sein Potential entdeckte. Gwaine? Er war auch im Thronsaal, der Mann mit den weißen Haaren und den verschiedenfarbigen Augen. Gwaine ist der Berater des Prinzen und ein Kollege von Cameron. Er ist zumindest ein alter Bekannter von mir. Wir haben beide in Nisia studiert. Also ist der Mann ein Aar. Unglücklicherweise teilt er Camerons Bedenken wegen der Macht des Steins nicht. Er versucht, ihn für den Krieg so effizient wie möglich zu nutzen. Wir haben vor fünf Jahren Experimente an den Steinen durchgeführt. Diese Macht, sie war erschreckend. Ich sprach mich gegen diese Nutzung aus, aber der König und der Rat waren gegen mich. Und dann, gut, nur dann, dann passierte das mit Rheinschreier. Warum war der Stein denn überhaupt dort? Harin hatte Gravus besiegt und die Stadt eingenommen. Der Ort war voll mit ihren eigenen Soldaten. Eindlich gesagt, weiß ich nicht, warum der Prinz den Stein dort verwahrte und was ihn dazu trieb. Jetzt ist der Stein zurück in Tormund und er wird in der nächsten Schlacht eingesetzt. Ist das sicher? Ja, die Vorbereitungen dafür laufen schon lange. Also, was wollt ihr wissen? Wie können wir es zerstören? Sehr, sehr wichtige Frage. Das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Das Grand Grimor nutzt man, indem man es zerschlägt. Es verursacht eine gigantische Explosion. Nur in einem Radius von drei Metern um den Stein herum passiert nichts. Um den, der es benutzt, nicht zu schaden. Deswegen haben also Glenn und Kilian damals überlebt. Genau dasselbe denkt sich auch gerade Glenn. Danach setzt sich der Edelstein wieder selbst zusammen und kann erneut verwendet werden. Das heißt, man kann es nicht einfach so zerstören. Wenn es all eure Fragen waren? Wie es der Zufall so will, habe ich vor einigen Wochen Fortschritte gemacht und Victor nach Valandes gerufen. Das Königshaus führt eine Liste aller Geschenke, die dem König je zu verschiedenen Gelegenheiten gemacht wurden. Aber auch auf dieser Liste fand ich einen Regenfarben... Ne, Moment. Auf dieser Liste fand ich auch ein Regenbogenfarbiges Grimor. Ein Mönch mit Namen Nalki... 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 N... Moment, was? Was ist das für ein Name? Ein Mönch mit Namen Nalki... Nalki... Nalkilber... 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 Ihr wollt dorthin und wollt, dass ihr euch begleiten? Exakt, das Kloster befindet sich im Osten und es ist seit Jahren verlassen. Jetzt leben dort Monster statt Mönche und wir brauchen ein paar erfahrene Abenteurer, um uns vor ihnen zu beschützen. Während ihr nach Informationen über das Grand Grimor und Nalkilber sucht, ja, Informationen, wo der Stein herkommt und wie er in den Besitz dieses Mönches kam. Vielleicht finden wir sogar einen Weg, wie man es zerstört. Wir... Wir werden helfen. Ihr braucht uns nicht zu bezahlen. Hey, 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 hey! Sprich für dich selbst! Der Stein ist nicht meine Angelegenheit. Ohne Belohnung krümme ich keinen Finger. Diese Beweggründe kommen uns bekannt vor. Sienna und Bartrazeige mögen sich hier, glaube ich, schon auf der Ebene auf jeden Fall. Aber wieso sagt ihr uns das? Wie gebt ihr euch nicht in Gefahr, wenn ihr mit solchen brisanten Informationen hausieren geht? Das verstehe ich ebenfalls nicht. Ich habe meine Gründe. Ich kann sie nur leider nicht enthüllen. Entschuldigt. Das ist egal. Dank eures Vertrauens habt ihr einen neuen Waffenbruder gefunden. Lasst mich euch helfen. Und die Person am Fenster geht wieder. Was war das? Ich schwöre, ich habe an dem Fenster was gesehen. Oh oh. Halt! Ihr da am Tisch! Was ist los? Legt die Waffen nieder und ergebt euch. Ihr seid verhaftet. Was? Weswegen? Das solltet ihr nur zu gut wissen, ihr Spione. Da liegt ein Missverständnis vor. Wisst ihr, mit wem es hier redet? Na, Galgen erwartet euch. Bewegt euch. Scheint, als müssten wir uns im Weg freikämpfen. Ich habe nicht mal mein Bier leer getrunken. Oh Gott, Junge. Und da stehen wir jetzt direkt vor den Gegnern und wir können hier neue Talente erlernen. Aber nicht festlegen, da haben wir nichts Neues. Ach doch, er hat hier noch neue. Er kann neue Sachen erlernen. Dann schaue ich doch mal, was er noch so schönes kann hier. In Kräften. Beschworener Angriff. Oh, das klingt ganz nett. Lichtschwert. Angriff erhöht. Lichtschwert finde ich glaube ich gar nicht mal so schlecht. Beschworener Angriff. Macht mir gerade gar nichts. In Kräften. Er hat die Stärkungen des Ziels. Magie plus vier. Bin ich vielleicht gar nicht mal so schlecht, da ist er stärker. Talente erlernen. Ne, festlegen. Wo war das nochmal? Der hat ja jetzt auch alles. Eisenschöpfung. Reaktionstalente, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das geht nämlich dann in die ganze Klasse, aber irgendwie verstehe ich nicht, was dann da die Klasse ist. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich mittlerweile noch mehr Fähigkeiten hin und mehr passive. Ultramove haben wir. Talente festlegen. Können wir uns hier irgendwas gerade noch Gutes beibringen, was irgendwie dann gut ist. Mehr Schaden. Um schweren Stoß. Ah, könnte man, ne? Welche Punkte haben wir aber auch alle gar nicht, ne? Na gut. So, dann würde ich sagen, wir haben es aber erstmal für heute. Wir sind jetzt hier in Turmund. Irgendjemand da oben am Fenster hat uns belauscht, jetzt sollen wir hier verhaftet werden. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie entkommen können. Ist auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Vielleicht können wir da dann in der nächsten Folge entkommen. Ich bin gespannt. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne auch auf meinen Twitch-Kanal vorbei und auch gerne auf meinem Discord-Server. Denn wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Leute wie euch. Dort mitmachen, dort reinschauen, Memes posten, Bilder, Screenshots, süße Tierfotos und andere Dinge. Also was brauchen wir dort auch? Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020